Moin Moin, Sicherheitshalber und Schutz gefunden und willkommen zum zweiten Teil. So, es geht weiter. Gewitter, diesmal ohne diesen Mähdrescher. Und viel Spaß mit der Aufnahme. So, ich muss mal kurz noch mal Pause machen, weil ich muss irgendwas dringendes. Bis gleich. So, noch eine ganz kleine Pinkelpause. In der Öffentlichkeit geht es mit dem Video weiter. Der Mähdrescher, der stört mich ein bisschen. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder Überschwemmung gehen, soll ich das weiß. In der Öffentlichkeit geht es mir.» Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.